Volkswagen hat ein Geschäftsmodell weitergeführt, von dem wir spätestens in den 1970er Jahren wissen, dass es das Klima nachhaltig zerstört. Die Erdölindustrie und die Automobilindustrie wussten, dass der massenhafte Verbrennungsmotoreneinsatz das Klima reparabel schädigt. Dennoch hielten sie an diesem Geschäftsmodell fest, denn für ihren Profit gehen sie über Leichen und nehmen sie auch den Niedergang unseres Planeten zu einem unbewohnbaren schwarzen Planeten in Kauf. Ihr seht hier neben mir die Riesenausgabe des Black Planet Award des schwarzen Planeten, den wir heute als Trophäe den Vorstandsvorsitzenden, dem Außervertragsvorsitzenden und den Großaktionären überbringen. Die Großaktionäre und die Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden wissen genau, was sie mit ihrem Tun anrichten. Sie drücken sich weg, statt hier einen echten Neuanfang oder eine Verkehrswende zu ermöglichen. Sie lügen, sie betrügen, sie verweigern sich dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Sie zahlen Schweigegelder an Manager, die vor Gericht stehen. Und erst vor zwei Wochen haben sie die Boni ausgezahlt, die vor drei Jahren wegen dem Dieselbetrug eingefroren wurden. Sie machen also weiter wie bisher. Und noch dazu versuchen sie uns, mit den Elektromotoren eine Verkehrswende zu beschaffen, die keine Verkehrswende ist. Sie versuchen unsere Elektromotoren zu verkaufen als grüne Lösung, die sie nicht ist. Denn die Elektromotoren haben eine genauso schlechte Klimabilanz wie die Dieselmotoren. Sie benutzen diese Ausrede, um eine massenhafte Entlassung in den Werken durchzusetzen. Und damit spielen sie uns gegeneinander aus. Sie wollen Beschäftigte, Gewerkschafter und Umweltschützer gegeneinander ausspielen. Doch tatsächlich haben wir alle das gleiche Anliegen. Denn die Privatvermögen von Porsche und Piech, die reichen für eine echte Verkehrswende allemal. Deshalb fordern wir Porsche und Piech enteignen, Volkswagen unter demokratischer Kontrolle stehen und auf nachhaltige Produktion umrüsten. So. 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 Vielen Dank.